Die Dunkelheit kommt. So, Nersul schon wieder finden, oder? Dann geht's schon wieder hin. Ab zur Höhle. Hier einfach nur durchflitzen. Am Ende der Höhle direkt angreifen. Wenn der einmal verschwindet, dann ist er weg. Angelegen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Kein Video Kader, sehr schön Kein Video